Norddeutscher Rundfunk 2021 Servus! Servus! Der Werner hat dich geschickt, oder? Genau. Hast du immer geboxt? Nein. Gut, unbeschriebenes Blatt ist mir eh am liebsten. Dann kommst du mit? Ja. Dann legen wir los. So machen wir's. Okay, super, Max. Hause. Das nimmst du mal mit. Was ist das für ... Was war das? Das war die Runden. Servus. Na, und? Ich bin fertig. Und du, du hast doch einen relativ harten Schlag eigentlich. Ja, na ja, schon seit ein paar Jahren. Seit zehn Jahren. Seit zehn Jahren? Ja. Keine Angst. Ich hab zugeschaut, ich wollte der Boxer nicht sein. Ja. Das ist jahrelange Übung. Da kommst du auch noch hin. Was machst du sonst normalerweise? Ich bin Grafikerin. Selbstständig. Grafikerin? Ja. Familie? Zwei Kinder hab ich auch zwischendurch gekriegt. Aber da hab ich nicht geboxt, während ich die gekriegt hab. Ja. 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 Das하 Das war's für heute.